Pferde-Fragen? Petra-Fragen. Heute? Was ist eine Remonte? Remonte ist ein Wort, das kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Ersatzpferd und bezeichnet erstmal alle jungen Pferde, die sich in der Ausbildung befinden. Wobei drei- bis vierjährige Pferde in dem ersten Jahr ihrer Grundausbildung als junge Remonten bezeichnet werden. Ältere Remonten sind dann die, die schon das dritte bis vierte Schuljahr absolvieren. Eine Remonte wird bezeichnet bis zum siebten Lebensjahr, bis es damals militärmäßig einzusetzen war. Heutzutage hat sich das so ein bisschen im Sprachgebrauch mit rübergezogen und man bezeichnet immer noch bis zu siebenjährige Pferde als Remonte. Dann ist auch erst die körperliche und geistige Entwicklung des Pferdes abgeschlossen. Alles klar?